Willkommen bei profischnapp.de aus Empfingen hier im Showroom. Wir haben hier eine Garnitur für Sie von Willi Schillig. Eine tolle Garnitur, 249 irgendwas, 80. Ein Kundenstorno, ein Dreisitzer, ein Zweisitzer und ein Sessel. Eine Sofagruppe mit Sessel in Leder Longlife Z7549 sandfarbig. Für 2.454 Euro alles bis auf die zwei Kopfstützen. Die kosten extra, weil wir wollen ja ein bisschen Geld verdienen. Nein, nicht jeder will sie haben, deshalb verkaufen wir die gerne auch einzeln. Sie haben hier einen wunderbaren ergonomischen Sitzkomfort mit nicht so viel Tiefe, mit guter Körperunterstützung, mittelfester Sitz, eine schöne Formgebung mit dieser Armlehne mit Überschlagen, die fest ist, ein robustes Longlife Leder, leicht meliert. Das verstärkt den Naturcharakter. Sie haben viel Bodenfreiheit, deshalb wirkt die Kuppe leicht. Sie können auf beiden Sofas prima liegen. Ich bin 1,83 Meter, kein Problem. Diese beiden Kopfstützen gibt es optional für 88 Euro. So das Stück, verstellbar in der Neigung, im Winkel. Dann haben Sie Hochlehnenkomfort. Der Sessel ist dabei. Wenn Sie nicht den Platz haben für den Sessel, kann ich Ihnen den auch rausrechnen und einzeln verkaufen. Oder ich verkaufe Ihnen bloß einen Zweisitzer mit Sessel oder einen Dreisitzer mit Sessel. Oder nur den Sessel oder nur den Dreisitzer. Wenn Sie so was also wollen, dann rufen Sie mich einfach an. Schöne kleine Metallabschlüsse. Eine Garnitur, die ich meinen Eltern verkaufen würde, weil sie einen tollen Sitzkomfort hat. Ergonomisch und weil sie auch elegant und filigran ist. Also ein echtes Megaschnäppchen zum Megaschnäppchenpreis. 2.054 Euro plus Lieferung 199 Euro. Wer schnappt zu? Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Dankeschön und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.